Jetzt zeige ich euch, wie man sich die Muschi rasiert. Aber erstmal wollte ich euch noch sagen, bei einem Millionen Abos, da werde ich euch mich zeigen, nackt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, bei einem Millionen Abos zeige ich euch, wie ich mir diesen Rasierer in die Momo schiebe. Ja.